Herzlich Willkommen zur K-Queen 2015. Ich bin Jens von K-Company und war einer der Juroren vom letzten Jahr. Es war ein Riesenerfolg in 2014. Wir hatten über 100 Teilnehmer und über 30.000 Bewertungen im Internet. Wir erwarten in 2015 eure Bewertungen. Wir haben das System vereinfacht und zwar braucht ihr nur noch zwei Schritte einhalten. Und zwar der erste Schritt ist anmelden. Ihr könnt euch über euer Facebook-Account anmelden oder geht über unsere K-Queen-Seite im Internet. Die könnt ihr finden. Und der zweite Schritt ist Bilder hochladen. Und da möchten wir euch bitten, dass ihr vier Bilder macht, dass man von jeder Seite einzieht, dass ihr das als Juroren auch ein bisschen besser sehen könnt. Ja, dass man das von vorne, von der Seite und auch von hinten fotografiert. Nicht, dass jemand so schlau ist und sagt, ich mache nur eine halbe Torte und spare mir Zeit. Dass wir auch wirklich das von allen Seiten sehen können. Wenn ihr möchtet, eine Produktbeschreibung oder wie ihr es hergestellt habt, könnt ihr machen. Wäre ganz toll. Ist aber kein Muss. Ja, zur K-Queen K-Queen 2015. Freuen wir uns, wenn ihr euch anmeldet. Kurz schaut vorbei auf der K-Queen-Seite und bei uns auf der K-Company. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020